Für das Tapezieren von Fließtapeten, die direkt auf die Wand geklebt werden, benötigt man einen speziellen Fließtapetenkleister von Methylan, wie zum Beispiel Methylan Direct oder Methylan Direct Control, eine Kleisterrolle zum Auftragen, Eimer und Rührstab zum Anrühren und zum Andrücken eine Moosgummirolle, für das Zuschneiden eine Schere oder Tapetenschiene und Messer. Zuerst muss der Kleister, hier wird Methylan direkt verwendet, in 4 Liter kaltem Wasser angerührt werden. Generell gilt für ein klumpenfreies Anrühren, zügig rühren und den Kleister direkt über der Wasseroberfläche einstreuen. Nach 3 bis 5 Minuten muss der Kleister noch einmal durchgerührt werden und ist dann gebrauchsfertig. Der Kleister wird, ähnlich wie beim Streichen, direkt auf die Wand aufgetragen. Spezielle Kleisterzusätze in den Methylan-Flieskleistern und die Verwendung einer Kleisterrolle machen ein spritzfreies Arbeiten möglich. Wichtig ist es, den Kleister gleichmäßig, ausreichend satt auf der Wand aufzutragen. Wer wenig Erfahrung mit dem Fließtapezieren hat, kann einen Kleister mit Auftragskontrolle wie Methylan Direct Control verwenden. Nach dem Einkleistern wird die Fließtapete einfach auf der Wand angelegt, ausgerichtet und angedrückt. Die Tapetenbahnen sollten Sie sich vorher auf Wandlänge plus Überstand zuschneiden und dann an der Wand mithilfe einer Tapetenschiene und einem Messer auf die exakte Länge kürzen. Die Fließtapetenbahnen können direkt aneinander verklebt werden, denn im Gegensatz zu herkömmlichen Tapeten dehnen sich Qualitätsfließtapeten bei Feuchtigkeit nicht aus. Hier spart man also die Weichzeiten, die bei Papiertapeten nötig sind und kann darum schneller und genauer arbeiten. Auch zweifarbige Wandgestaltungen sind mit Fließtapeten einfach zu realisieren. Die unteren Bahnen werden auf Stoß angesetzt und mit der Moosgummirolle angedrückt. Nachdem alle Bahnen angebracht sind, kann man die Stoßkante mit einer Bordüre verdecken. Die Methylan-Fliestapetenkleister erleichtern auch das Wiederabziehen der Tapeten. Die Tapete kann trocken rückstandsfrei wieder abgezogen werden. Damit entfällt das lästige Tapetenabkratzen. Räume können schnell und einfach neu tapeziert werden. Ein Vorteil vor allem, wenn Kinder im Haus sind, denn in der Regel wird kein Raum so häufig tapeziert wie das Kinderzimmer.